Der Barlieber Schützenverein organisiert gemeinsam mit dem Kreisschützenverband Ohrekreis ein Benefizschießen zugunsten der Aktion Hilfe für Michel. Am 28. April in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geht es auf der Schießsportanlage des Vereins um Urkunden und Pokale. Jeder, der schon 14 Jahre alt ist, kann mitmachen. Für 5 Euro gibt es 10 Schuss mit dem Kleinkalibergewehr und man kann versuchen, auf der 50-Meter-Bahn so oft man es schafft, die 10 zu treffen. Ist man mit seinem Ergebnis nicht zufrieden, kann man so oft man möchte nachkaufen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig und die Siegerehrung wird gegen 17 Uhr stattfinden. Benefizschießen der Barlieber Schützen zugunsten der Aktion Hilfe für Michel am Samstag, 28. April auf der Schießsportanlage in Barleben.